Was machst du beruflich? Ich bin Kellner. Ich bin Apotheker. Ich bin Elektriker. Ich bin Sekretärin. Ich bin Taxifahrer. Ich bin Buchhalterin. Ich bin Lehrerin. Ich bin Ärztin. Ich bin Friseur. Ich bin Briefträger. Ich bin Schriftstellerin. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich sehr schwach. Ich bin Deprimiert. Ich bin Moktaeb. Ich habe Fieber. Ich habe Husten. Ich habe Husten. Ich niese. Ich bin Ahtos. Mir ist schwindelig. Ich bin Übel. Ich bin recht! Meine Nase ist verstopft. Ich bin erkältet. Meine Augen brennen. Meine Haut juckt stark. Ich habe Durchfall. Ich habe Schlaflosigkeit. Ich habe Appetitlosigkeit. Ich habe starke Kopfschmerzen. Meine Füße tun mir weh. Meine Ohren tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Nacken tut mir weh. Ich habe Magenschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Mein Bein tut mir weh. Mein Arm tut mir weh. Ich möchte das kaufen. Akzeptieren Sie Kreditkarten? Kann ich das umtauschen? Haben Sie das in einer anderen Farbe? Das ist zu teuer. Ich brauche eine Einkaufstasche. Ich zahle bar. Ich zahle bar. Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie? Ich gehe ins Fitnessstudio. Welche Mannschaft unterstützt du? Ich bin ein großer Fan von Basketball. Ich bin ein großer Fan von Basketball. Das ist ein spannendes Spiel. Ich treibe regelmäßig Sport. Ich bin glücklich. Sie ist aufgeregt. Er ist traurig. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich bin müde. Das macht mich wütend. Er ist überrascht. Ich bin begeistert. Sie ist entspannt. Sie ist entspannt. Das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Ich bin stolz auf dich. Sie ist besorgt. Sie ist entspannt. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich einsam. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Er ist enttäuscht. Er ist enttäuscht. Er ist sprachlos. Mein Bruder ist älter als ich. Er ist größer als ich. Wie viele Geschwister hast du? Mein Onkel wohnt in einer anderen Stadt. Meine Tante besucht uns oft. Ich studiere Medizin an der Universität. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Wie bereitest du dich auf Prüfungen vor? Welches Fach studierst du? Die Prüfung war schwer. Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Die Blätter fallen im Herbst. Ich ziehe warme Kleidung im Winter an. Es ist heiß im Sommer. Der Kühlschrank ist leer. Ich habe das Rezept vergessen. Dieser Herd ist modern. Die Pfanne ist heiß. Ich räume die Küche auf. Mein Lieblingsgericht ist Spaghetti. Kannst du mir den Weg zeigen? Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Wie ist die nächste Bushaltestelle? Wie weit ist es zum Flughafen? Ich habe mich verlaufen. Kannst du mir den Weg zur Apotheke erklären? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich mag lieber Tee als Kaffee. Ich bin dir dankbar. Ich bin beschäftigt. Was machst du beruflich? Kannst du mir das zeigen? Haben Sie eine Empfehlung? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Wie war dein Tag? Alles Gute zum Geburtstag. Wie lange dauert das? Kannst du mir helfen? Wie heißt das auf Deutsch? Was hast du vor heute Abend? Was hast du vor heute Abend? Was hast du vor heute Abend? Was sollst du heute Abend machen? Oder was ist deine Schrift? Warte einen Moment, bitte. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Das ist richtig. Das ist richtig. Viel Erfolg. Gute Besserung. Ich wünsche dir die Schrift. Vielleicht. Vielleicht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das war sehr nett von dir. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Es regnet. Es regnet.